Unseren nächsten Künstler kennen wir beide schon echt sehr lange und es ist immer wieder schön, dich zu treffen, Helmut. Hallo! Ja, früher habe ich seine, deine musikalischen Acts bei der Harald Schmidt Late Night Show geschätzt. Irgendwann trafen wir uns dann persönlich, denn der Helmut, der tummelt sich oft gerne auf den roten Teppichen herum. Meist in extravaganten Outfits und stets lächelnd und gut gelaunt. Ein Bard der Rock, Pop, Klassik, Jazz, Klassmermusik, ein Allround-Musiker. It's a gift. Und ein großes Geschenk, dass du heute hier bist. Du bist auch hier, weil der Song bei Simba Bele so grandios ist. War eigentlich so einer der ersten World Music Songs, bevor es diesen Begriff eigentlich gab. Und das Tolle ist, dass in diesem Stück ganz viele verschiedene Strömungen zusammenkommen. Und außerdem ist Helmut mit seiner, mit seiner idealen, mit seiner vielseitigen Band praktisch die ideale Hausband für heute Abend. Schön, dass du da bist. Danke sehr, wir freuen uns. Freuen wir uns auf Helmut, The Zerlet and Band. Musik 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 Aham, 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 aham. She gave me a black diamond before she ran away. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020